Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer WTP und wir sitzen gerade in GTA und ich habe wieder ein Gast dabei. Ja, ist das in GTA und was anderes? Ja, endlich mal nach wieviel Tagen haben wir uns beschlossen, haben wir beschlossen, eine Heist-Mission aufzunehmen, das sind nämlich die allererste Heist-Missionen, die wir zu zweit spielen erstmal. Oder habe ich da richtig? Ja, das ist die allererste Heist-Mission. Ja, ich schlafe erstmal bei dir. Mein Typ spielt mit meinem Handy. Wobei mir das klingt, mein Typ spielt mit meinem Handy. Was ist so seh ich aus? So haben die Augen? Ich mit meinen Augen, Brunner. Ja. Haha. Psychos at least have the dignity be psychotic. Nowadays it's all about home furnishings and home streets. Alright, you ready? Because this is it. Well, it's not it, but it's something. It's something very big. Not quite ready yet, but I wanted to see how you're doing. What I've got is a Felisa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy-in. Normally there would be a buy-in. You would put in money up front. We would arrange the job. And you would pull it off. But this time I'll, uh, cover the up front costs. Call it the, uh, price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless of course you count, uh, getting locked up for shot. So, you ready? What do you think? You, uh, questions, comments, concerns? Alright. What are you waiting for? Let's go see this place. So. Da hat unser guter Freund Lester von der Haupt story auch mal in diesem Tag. So, das ist Lester, jetzt, ey. Was? Was? Okay. Das ist Lester. Das ist Lester. Wie gesagt, er ist, also gehört zur Hauptstory, er ist der, kann man sagen, Taktiker und Planer, Stratege unter den Banküberfällen. Hier, schau, hier. Zeig mal mein Hot Rod hier. Zeig mal mein geiles Hot Rod hier. Hier ist ein Hot Rod. Hier ist ein heißes Auto. So, ich fahr. Du kannst ja hacken. Du kannst ja danach hacken. Also meine Vorkütze. Wie gesagt, es gibt doch nicht der Ego-Perspektive, aber das müssten die meisten schon wissen. Ach ja, außerdem spielen wir noch auf der Xbox One. Also, falls ihr mich spielen wollt, wir suchen, macht zwei Leute. Jo, netter. Zwei netter. Ach, nicht so schön, voll Spackos. Also kein Team 2. Äh, 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 was? Ja, okay. Insider wissen wollen wir natürlich nicht haben in unseren Let's Plays. Es geht ums nur, ums Zocken. Und, yo, also auf jeden Fall, ja, hab ich gerade gehört, ich weiß, was ist jetzt los. So. Also, guckte ich mal die Grafik, also die Grafik, ich hab, wir haben, ich hab mal wieder, äh, die Xbox 360 ist eingeschaltet, da hab ich mal, äh, die Grafik für, für Klischen bei, bei Xbox One, ne? Und hier, äh, und hier, äh, bei Xbox 360 geht der auch herweg. Komplett anders. Das ist, hier ist es alles schärfer, mehr Bild, äh, die Bildfarben kommen immer rüber und so. Naja. Und das sieht in der Nacht schöner aus. Oh ja, in der Nacht sieht es am besten aus, wenn das anders. Sieht einfach nur episch aus. Epic. Okay, aber, komm mal. Okay, anscheinend müssen wir Schießfächer aufbohren. Und da, jo, da ist Geld drin. Ich glaub nicht, dass wir da das große Geld rausgehen. Nein, ist ja auch so eine kleine Bank. Ist ja eine kleine, äh, Sportkassen-Junior-Bank hier. Fleckhaar-Bank. Ah, geil. Ey, Süße. Wie geht's? Was? Jo. Und hier sind die, hier sind die Schließfächer in den, in den, ja, hier drinnen. Wie seht das hier? Bei mir kann man sich aber auch nicht umgucken, ne? Ne, der steuert ja die Kamera. Achso, achso. Weil überhaupt nicht auffällig, wenn hier so drei Leute, der eine mit so einem Handy, da draußen sitzen und die Bank angucken, ne? Na, wieso, ne? Ich glaub, jetzt musst du hacken. Ah, ich hack das gar nicht. Stimmt, ne. Doch, das ist ganz einfach. Oh ja, witzig. Das ist wirklich ganz einfach. Du drückst A. Wir haben das natürlich auch schon gemacht. Du drückst A. Und, äh. Das ist doch verraten, Kevin. Du musst die Pfeiltasten drücken. Nein, ich will nicht hacken. Okay, A. Die Pfeiltasten. Wow! Crazy shit, Alter. Oh, hier, das, äh, ist, hier. Das zichtige hier, zack, wieder. Angry Birds. Ich will doch gar keinen Angry Birds. Achso. Ich spiele hackt den Laden, oder so heißt das, glaube ich. Hackt die Bank. Nein! Fehlgeschlagen. Hui. Hackt die Bank. Das neue Online-Spiel. Nein, die Kinder. Jetzt im Handel. Für 1.000 Euro, 990. 1.000 Euro, 990. Vielleicht kriegst du nicht hin. Hey. Das ist so easy. Ich frage mich, wie es da gerade wäre. Ja, ich fahre extra langsam, damit du mehr Zeit hast, ne? Ja, alles klar. Das sind noch 2,5 Kilometer. Dann kann, oh, scheiße, kannst du ganz, ganz langsam fahren, weil ich spring nicht. Oh, weißt du, ich bleib gleich stehen. Okay. Nein, oh, alter. Wie es aussieht. Ich suchte gerade, lass mich zocken. Ich bin zocken. Nee. Nee. Geh mal. Nein! Neeein! Hey, Leute, das ist doch kacke. Vor allem, ich scheide schon bei den zweiten Dingen, ne? Komm, das schaffst du, ey. Das ist das schwer, als das ne. Na! So, okay, weiter geht's, ja. Im Tal des Todes. Weil, das sagt zu uns, ey, wir haben babyblaue Augen, ich hab weiße, komplett weiße Augen. Ich hab ohne Augen, nein! Oh, jemals. Das Hacken ist scheiße, Kerl. Das ist doch geil. Ich muss dir jetzt ehrlich mal sagen. Also, ich kann das Hacken, so schwer ist das nicht. Ich kann's nicht. Okay, konzentriert, konzentriert, konzentriert. Okay, okay, okay. Nee, uuuh! Nee, uuuh! Was denn daran zu schwer, verstehe ich das nicht? Ich krieg's halt nicht hin. Das ist das Schwerste an mir. Ich fahr'n bisschen im Kreis, ja. Ja, mach das. Nee, uuuh! Nee, nee, nee! Also, Leute, okay. Ich bin zwar kein Esel, aber... Ah, hee, ah! Ja, auf jeden Fall, eh... Das wollte ich nicht sagen. Komm, du hast schon gefragt. Oder? Ich hab nur geantwortet. Oh, dann! Yay! Yay! Weil mich ja... Ich... Ah, da, ich merke das die ganze Zeit, wie du im Kreis hast, ne? Ey, coi... Ne! Vipreon! an ich hoffe das andere wird leichter hochzahne kann ich aber machen das muss der machen der auf dem pfeifen eine kurze entscheidend für die vorausschusses ich hab's endlich geschafft das zweite so ist er noch ein dritter ja leider ach du scheiße in gleichversorg also es tut mir wirklich leid dass ich hier so schlecht bin aber ich mache das hier zum ersten mal er tut nur so um zeitraus zu schlendern ja ich will meine stundenports vollkriegen ja fünf stunden was hast du gehackt ja also heckkünste im arsch alles perfekt ich gebe gas ich gebe gas ich drifte nicht was ist das für auto ey das ist das läster-sau du gib dich ey das ist schon so reich ne du kannst nicht über eine ordentliche Karre holen wo vier leute das muss kein das muss ja kein das muss ja kein das muss ja kein das muss ja kein sportbar sein das muss ja keine geile limousine sein weißt du weil du hast ja gesehen da läuft ja auf krücken und weißt du es ist ja ok auf einer krücke noch das 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 so joh und wir sind dort hier ich habe beinahe die alte überfahren das wäre auch nicht schlimm gewesen so, diesmal fährst du oh Gott sei Dank gehts? hey, lass doch die Riedes, geh weg ja, der alte Herr muss auch noch reinsteigen, ne? der älteste vor den dreien so ist der ah, hier ich sag euch heute, wenn man bei WM mitfährt ist das schon schlimm aber wenn man mit Ego-Paspektiven noch darf nein, das ist wir kriegen mal so Cozarritis aber da schlecht stellen Cozarritis Cozarritis, nein? ja, ist das so das sei da, ist das Bottaschen, Masken und der Bohrer Bohrer, Bohrer, Bohrer ich bin Bohrer übrigens Leute, wenn ihr jetzt links guckt das ist da meine Bude genau, hier ist ich sag's euch schaut euchs an ich krieg ja jedes Mal mein aubercharakter Begidia Kevin Junior ja, aber eigentlich rechtlich gesehen ist der älter als zu ne also ja, ja, ok, Kevin Senior oh man aber rechtlich gesehen habe ich ihn da erstellt ne das der nach komischerweise hast, hast du gemerkt komischerweise konntest du das ey, du bist zu blöd oder du hast es nicht gesehen ey, weh du fahrst so auf mein Hot Rod weh das ist mein Hot Rod mein, mein das Ding ist einfach so episch ey ne gar wo musst du denn hin boah, in die Garage auch noch geh Mike, du Felicity du schon äh 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 Liam hör auf der Hot Rod da ist geil hahaha so jetzt in die Garage so yay Alter ne was hm, du wolltest irgendwas sagen ne 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 j vereine waow 5000 ne ich krieg wieder nichts ne so und bin ich level ab oh, kurz davor bin ich level ab ja geil ne ja ok 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 zuhlein wir ziehen es jetzt durch ne ja, wir ziehen eine Mission noch durch genau denn wie ich sehen muss schon 15 Minuten rund weg so jetzt guckt euch an wie schnell die schreiben kann und über das leserlich das ist ein Cheating 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 Wie geht das? 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 Der letzte wird immer unsympotischer Warum? Ich ne Der Ort Weil der letzte ist Jetzt müssen wir nur noch das Ja, easy oder? Ja Gut 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 Jetzt kann ich endlich mal angucken was da kamen der ganze Zeit hier machen durfte Jo Ja ok, weiter Jetzt musst du jetzt oben noch liegen Ich finde ich nie lief Bis Bitte warten bis der Anführer die Einführung für die Raubüberfallplanungstaufe beendet hat Du musst alle die aufgeführten Vorbereitungsmissionen abschließen Ja ok Ja ok Ja ok Ja ok Also das ist ja Little Soul Soul ist der irgendwie Südkorea oder Korea? Nein, das ist Seele eigentlich Kleine Seele Aus Little Kleine Seele Ich hab ja gesagt Korea Soul Ja Soul ist die koreanische Stadt Dankeschön Ja mach Ja ganz ruhig, alles easy, locker, flockig Ja easy Ja dann mach mal halt auch leicht Was? 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 Sag mir wenn du bereit bist Sag mir wenn du bereit bist Ja ich bin schon lange bereit Okay, go Ich bin beinah Level ab, ich bin beinah Level 21 So, dann wollen wir mal gucken Und dann wollen wir mal gucken Ja Ich bin ein Papier-Tüter Ja Ich bin ein Papier-Tüter Ja 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 Wieso bin ich in der Ego-Perspektive? Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto Da ist mein Auto Stil Din Kumulu Ich hab Ich hab vor uns gedacht, wo du vorgelesen hast Hab ich gedacht, du sagst LKA Cool Was denn LKA? LKA ist das Auto, LKA Leistungskontroller LKA LKA und ein A Ja Fahr mit rein mein Freund Alles klar Oh Jesus Bitte? Hä? Das Wort schießt L Wow 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 Hä, wo müssen wir denn hoch? Hier Wo bist du denn? Was? Achso, ne Ja, wo bist du? Moment Wie darf ich das ja alles alleine machen darf? Chill Jo Ich hab dir eigentlich voll verpasst Geil Okay Okay, jetzt geht's los Okay, okay Oh, Licht ausmachen, ja? Da kannst du eigentlich theoretisch zu wissen, wenn du eine Bodenbeleuchtung hast Ne und Schlecht Übrigens Leute, nicht nachmachen, in Deutschland ist es verboten Ach, echt was? Ja Noch Wow Hast du's gesehen, ey? Ich hab's gehört Ich hab's nicht gesehen, ich hab's gehört Ach, schade So, jetzt erstmal Ich würde es auch nicht in die Luft springen, aber Weißt du's? Weißt du's? Wollen wir's ausprobieren? Nein Na, probier gar nichts aus, wenn du... Ich will fahren Lock auf Lockage Ich will fahren Ich will fahren Du hast das letzte Mal gefahren Was ist das letzte Mal gefahren? Oh, bitte, bitte, bitte Nein Toll Ja, klar, lass mich alleine hier Ja, ja, kein Problem Alter, das Ding ist schnell Das ist ja nicht mein Hot Groß Ja, dann darfst du es kaputt machen, ne? Wow, hier leben ja noch welche bei dir. Nee, bist du auch klar. Hä, wo mischt denn jetzt lang? Ich bin zu Uri... Ach hier! Nein, 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 ich bin gleich dort! Nein, William! Geh in Deckung, mach irgendwas! Ich kann ja nicht in Deckung gehen. Nein, ich bin dort! Das gibt's doch nicht! Also, William! Also heute ist irgendwas faul. Was hast du heute für einen Kaffee getrunken, ey? Ja, Thunfischkaffee. Gib dich! Ja, der war schlecht! Yeah, ich bin bis zu Level ab, ey! Wenigstens hätte du was. Ja, also tun wir ja alle WM ausbuhen. Buh! 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 Müsst ich es jetzt schnell machen, weil der WM muss dann los. Hm. Das ist, äh, zu einem sehr privaten Termin. Oh! Oh, das ist Klo! Haha! Hallo, hä, bestand gleich oben? Ja klar, du warst ja schon in dein Auto drin. Okay. Klausch! Klausch, Klausch, Klausch! Der muss Klausch! Ich mach ran! Nö! Nö! Am wenigstens, Forsch bei dem mit, joh! Kannst du nicht so leicht schlafen! Wisst nicht! Bind ich traurig, Kevin. Wieso? AAAAAAAA! Forsch, geh die Scheiß hier! Keine Fasse! Ich hab gedacht, das sieht jetzt ein bisschen geiler aus, ne? Also sah einfach nur Scheiß aus. Ja, wie ich die Lichtpistole auf dich geschossen hab. Das sah nicht grad beeindruckend aus. Ja, gell, wo muss... Jetzt da, okay. Los, los, los. Der Bitch hab ich auch vorhin komisch. Ich bin schon irgendwie verwirrt da. Hä, wo musste ich denn da lang? Okay, ich bring mal einen Schluck. Ja, also, ich mach mal so zu empfohlen. Oh, mach das! Was ist das? Ja, ich sag... Ich sag ja gar nichts hier. Was müsst ihr wem? Nee, gut, das ist ja auch schon. Ich trink einfach ne Aufnahme. Was ist das für... Oh, was ist der Typ da? Nee, also, ist so ein Spaß, die, ne? Oh nein. Die... Ihr kriegt das Auto nicht. Verpasst euch. Nein, ich kann ihn nach hinten schießen. Okay, jetzt lass doch. Ich muss hier irgendwie kommen. Guck mal, ich kann das hier machen. Oder? Ui, hier sind wir hier. Hier sind wir hier. Hier sind wir hier. Hier sind wir hier. Okay, dann mach... Mach Silvester. Wup, wup. Fuck. So, Leute. Ja. Das war ja easy. Watter wo, fail. Weben schuld. Oh. Immer ich. Das machen wir jetzt. Traurig. Vor allem, ne? Du bist wie ein Schusslöcher. Ja, ist ja egal. Jo, wir haben bestanden. Und natürlich hat er heute kein Plotin. Perfekt. 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 Oh, let's look. Bei sich. Ich sehe mich im Spiegel an. Ich sehe mich im Intensiv... Warte auf die Spiele... und dann muss ich kurz ein Mann... ich sehe mich im Spiegel an und dann muss ich kurz ein Mann... okay... Be slash ... pessoas sind gescheid... was Episode gerne? gerade ich bin seriös du ne du redest hier voll aus ja guck mal hier wie es aussieht ey geh nicht weg ich wollte dich doch gerade schlagen hier so okay bleib mal da stehen okay also liebe leute das war's für diese folge von gea online heißt mission und ja natürlich hat er wieder das letzte wort ok m das mein letztes wort ist kommt daher ich möchte dir noch ein abschiedsgeschenk geben ok aber bitte treten ein auto nicht wieder aber versteckt ist doch nicht wo auch alles recht er wird ganz ruhig ich will dir noch abschiedsgeschenk geben ok ja ok ja komm her nein was so äh was also liebe leute dann sehen wir zur nächsten folge tschüss tschüss